Die Frage, welche Satzarten sich unterscheiden lassen, ist eine Frage, mit der man sich in der Syntax auseinandersetzt. Sehen wir uns in diesem Video genauer die Satzmodi einmal an. Man unterscheidet im Allgemeinen fünf. Den Aussagesatz, auch Deklarativsatz genannt. Zweitens den Fragesatz, den man auch Interrogativsatz nennt. Drittens den Aufforderungssatz, Imperativsatz oder Befehlsatz. Viertens den Ausrufesatz, Exklamativsatz genannt. Und den Wunschsatz, Optativsatz. Zuerst der Aussagesatz. Er hat eine mitteilende Funktion. Es wird eine Behauptung oder eine Annahme aufgestellt. Zum Beispiel, eine Glatze ist eine ausgefallene Frisur. Wohingegen man beim Fragesatz weiter unterteilen kann in Entscheidungsfragen, auf die mit Ja oder Nein geantwortet werden kann. Weiß, eine Weißwurst mehr als eine Bratwurst. Zweitens Alternativfragen, bei denen man eine Entscheidung treffen soll. Haben sie gepupst oder riechen sie immer so? Und drittens Ergänzungsfragen. Warum ist eine abgewogene Schokolade keine ausgewogene Ernährung? Bei Ergänzungsfragen wird man dazu gebeten, auf einen Sachverhalt einzugehen. Sie werden mit einem Fragewort eingeleitet. Das Fragewort kann ein Interrogativpronomen, also wer, wessen, was, welch und so weiter sein. Oder ein Interrogativadverb, wo, wann, weshalb und so weiter. Da die Fragewörter alle als Anfangsbuchstaben ein W haben, werden Ergänzungsfragen auch W-Fragesätze oder W-Interrogativsätze genannt. Fragesätze kommen auch als Nebensätze vor. Sie sind dann indirekte Fragesätze und werden durch die Konjunktion ob oder durch ein W-Fragewort, wer, was, weshalb, eingeleitet. Weißt du, ob frisch verheiratete Delfine in Flipperwochen gehen? Kommen wir jetzt zur dritten Satzart, dem Aufforderungssatz. Das Prädikat steht hierbei im Imperativ, sprich nie mit leerem Hirn. Und viertens der Ausrufesatz. Was haben die Plätzchen aber meine Kleider schrumpfen lassen? Die fünfte Satzart ist der Wunschsatz. Bei dem wird der Konjunktiv verwendet. Würde das Besteck beim Test doch bloß besser abschneiden. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch direkt anmerken, dass die Einteilung nach Satzmodi nicht immer eindeutig ist. Form und Inhalt der Satzmodi decken sich nicht immer. Man kann mit einem Aussagesatz auch eine Frage stellen oder mit einem Fragesatz eine Aussage treffen. Letzteres nennt man dann nämlich eine rhetorische Frage. Wie zum Beispiel, spinnst du? Sprache lässt sich halt einfach nicht in Regeln einfangen. Doch kann Grammatik dabei helfen, bestimmte Phänomene zu beschreiben.